Fünf Dinge, die du beachten solltest, bevor ein Cane Corso bei dir einzieht. Harte Schale, weicher Kern. Der CC ist trotz seiner Erscheinung ein absolutes Sensibelchen, der aber eine konsequente, dennoch liebevolle Erziehung braucht. Aufgrund seiner Statur, seiner Intelligenz und durchaus auch seinem manchmal etwas eigensinnigen, sturren Köpfchen ist der Cane Corso nicht unbedingt als Anfängerhund geeignet. Bedenkt, wofür der Cane Corso gezüchtet wurde. Wenn man also einen ruhigen Hund bevorzugt, der nie anschlägt, sollte ein Cane Corso nicht eure erste Wahl sein. Anders als manch andere Rassen ist der Cane Corso mental und auch körperlich frühestens mit drei Jahren ausgewachsen. Bei der Erziehung solltet ihr also geduldig sein und nicht verzweifeln. Last but not least, kauf dir genug Waschmittel auf Vorrat. Du wirst es ganz sicherlich brauchen.